Willkommen zurück zu einer weiteren Folge. Immer noch allein auf dem Server. Ich weiß auch nicht ob heute noch irgendjemand dazu kommt. Ist ja wieder alles an einem Tag hier aufgenommen. Die letzte diese Folge und die kommen. So auf jeden Fall brauchen wir erstmal die Blöcke hier. Die da. Denn unsere Lavaproduktion wollen wir ja anhauen. So. 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 Und natürlich hier auch noch. So. Das war falsch. Hab ich wieder was eingesammelt. Ich krieg das kotzen hier. So. So. Drei. Eins. Zwei. Drei. Eins. Zwei. Drei. Da haben wir die ersten. Dann brauchen wir natürlich wieder die Item Konduits. Denn. Eins. Zwei. Drei. Irgendwie muss der Kabelstone hier reinkommen. So. Und wir sind ganz schlau. Wir sparen uns zwei Konduits. Denn wir setzen direkt hier den. Das Kabelstone. Dingens. Bummens. Hier den Kabelstone Generator an. So. Insert. Und da geht es auch schon los. Insert. 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 Das ist ja immer schon. Da wird direkt abgepumpt. Insert. Und Insert. Und dann können wir uns auch gleich die nächste Lava snacken. Hier geht es auch überall rein. Warum blinkt das hier so? So. Das ist ja gefährlich für die Augen. So. Und so. Ähm. So. Dann kann hier schon mal Lava hin. Und hier. Wir klauen uns jetzt hier einfach mal die Lava raus. Da einmal hin. Da einmal hin. Da einmal hin. Und da einmal hin. So. Lava Produktion läuft. Dann. Die Lava Tanks bräuchten wir. Oder den Lava Tank bräuchten wir dann eigentlich nicht mehr. Aber wir werden ihn trotzdem hier mal hinsetzen. Ähm. Extract. Shit. Shit. Ne. Das wollte ich jetzt nicht. Insert. So. Puh. Das war jetzt knapp. So. Hier brauchen wir noch den Crucible und den Table. Dann geht es jetzt hier weiter mit diesen Sachen haben wir noch hier haben wir noch. Ähm. Jetzt ist die Frage. Wie machen wir das pumpen wir das da ab oder pumpen wir das aus den Crucible ab? Das ist jetzt die Frage. Das ist ein bisschen doof gebaut gerade von mir hier. Denn an die kann ich nichts mehr anbauen. Ich denke wir werden das hier ab. Ich denke wir werden das hier ab pumpen. Wir müssten sogar ausreichen. So und so. Einmal da hin. Äh. So und so. Einmal da hin. Äh. Stopp mal. Das braucht man gar nicht so bauen. Wir können die Teile doch direkt hier anbauen. So. Da auf jeden Fall erstmal Insert überall. So. Ach der Enderman da oben da nervt. Und die Tiere auch. Und Extract. Genau. So. Das kann jetzt allerdings ein bisschen dauern. Hm. Obwohl Lava produziert wird. Ach ne. Liquid 3. Oh. Okay. Das ist voll. Das ist voll. Das ist voll. Das ist voll. Der muss erstmal voll laufen. Hm. Ähm. So. Und so. Und dann kann man das hier nämlich auch raus pumpen. So. So. Dann. Das. 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 Und das. Überall Insert. Hm. So. 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 Und so. Das wollte ich jetzt natürlich nicht. Ich wollte nur das da machen. So. Genau. Und hier draußen kommt dann alles raus. Und hier draußen kommt dann alles raus. Ähm. Extract. Oh. It's your zweiter in the game. Hallöchen. Ja. So. Hallo Ike. Hiho. Mein tiefer A kommt gleich auch. Jaja. Jetzt bin ich jetzt wenigstens nicht mehr so alleine. Ja. Ob Melvin heute kommt weiß ich nie. Der hat nicht geschrieben. Ähm. So. Äh. Das. Und das. Ich bin so geil. Ich kann immer beim ersten Mal drauf joinen aus. Das war bei mir beim allerersten Mal auch so. Aber nur beim allerersten Mal. Ja. 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 Ich hab's jetzt jedes Mal gerade. Von fast hier erst mal. Dürfte aber auch nicht sein. Das finde ich nicht schlimm. Äh. Du brauchst doch. Äh. Äh. Was hast du zuletzt gemacht? Ich war vorhin noch mal kurz online gewesen. Ah. Ich hab äh. Ah ja. Ich wieder einahme. Ich wieder was ich gemacht hab. Äh. 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 Die Maschine erst mal raus. So. Ach nee. Was mach ich denn für ne Scheiße. Äh. So. Das und das. Und die geh'n nicht auf. Ich könnte grad kotzen. Dann komm gleich mal drüber und guck mal was du so fabrizierst. Äh. Äh. Ich hab grad äh. die Schmelze. Die größere aufgebaut. Ähm. Damit ich endlich die Äh. 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 Erze. Äh. Dings. durchhauen kann. Und hab jetzt die Lava Produktion umgestellt. Ein bisschen verdoppelt kann man schon sagen. So. Dann kommt die. Dann hab ich hier die Kabel so. Scheiße. Ach. Eine Sache. Falls du jemals Sugar Canes brauchst. Komm zu uns. Ich hab schon gesehen gestern dass ihr so viel habt. Und die haben 21.400. Ja. Ich bin mittlerweile schon soweit gegangen. Ich hab ne eigenen D. Äh. Quantum Storage schon geschlossen. So. Die Lava kommt dort hin. Dann. Du brauchst die Kiste hier eigentlich vorne. Hm. Weil jetzt ich heute Mittag einmal online gekommen bin, waren beide unserer Doppelkiste, also unserer Colossal Chests voll. Ja gut. So beinah. Also die eine auf jeden Fall und die andere ist schon beinah voll. Ok. Okay. Ich brauch noch die Tables. Ah Gott. Ich bin echt mutig hier mit einem halben Herz rum zu bauen. oh scheiße nein 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 verbiss das skelett wo ist meine pizza da Oh Gottchen! So, was ist das Kack-Skelett da hinten? Den da brauche ich jetzt. Ich hasse diese Speed-Skelett. Das ist weg. Du kommst da hin. Einmal so. Einmal so. 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 Von den Spinnen, die oben waren. Ey, ich habe so viel davon. Ich brauche wieder Item-Konnel jetzt. Ich habe übrigens jetzt eine echt coole Axt. Soll ich die mal mit E-Axt zeigen? Bist du eine Manuelin? Oder wie? Nein. Aber hast du das gerade gesehen? Ja. Ja. Ich mache nur Rechts-Klick und meinet, der ganze Baum verschwindet. So. So. Und das da rein. Das da. Das da. Das da. ausdenkt nein. Extract. 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 Entspirate. Extract. Extract, Extract. So, wollen wir gleich mal testen. Irgendwo haben wir noch ganz viel Gold, naja. Mehr Eisen als Gold. Ach stimmt, hier fehlt noch die Kiste. Wo ist denn deine Holzkiste? Meine was? Deine Holzkiste da. Für was Holzkiste, hä? Ich hab deinen Baum grad wieder abgebaut. Achso, das ist die auf der linken Seite, die Mitte. Machen wir das so. So. Und das. Das ist aber falsch. So. Falsch. Falsch. Da. Extract. Äh. So. Ich bin echt mal gespannt, wie viel Eisen das hier jetzt ergibt. Ja, wir haben auch keine Redstone Probleme mehr. Äh, ja. Redstone, das ist noch so lala, weil die Maschine halt immer noch aus ist. Aber ich tu jetzt grade mal das ganze Eisenzeug, was in der Maschine zusammengekommen ist, brenn. Ja, 1300 Redstone sollten jetzt erstmal reichen. Ja, ich denk auch. Jetzt haben wir grad einen goldengen Pass. Hä, 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 hä. Das liegt aber daran, dass ich eine Kolossel-Chast baue. Ja, eins, zwei, drei, vier, fünf Stacks Goldblöcke. Würde bei uns nicht lange halten. Ich bin froh, dass es bei mir noch so lange hält. Ach, das war ja anders. Das war's. Und wir fangen ja erst mit unserer Goldproduktion an. Also mit unserer Erzproduktion, wenn unsere Kolossel-Chast unten steht. Hm. Weil, woher lohnt sich das bei uns nicht? Wir haben nicht den Lagerplatz dafür. Äh, hä, in die Kolossel-Chast passt doch einiges rein. Ja, aber wenn wir unten die Kolossel-Chast haben, dann fangen wir erst an, weil dann haben wir den Lagerplatz, das Ding dauerhaft laufen zu lassen. Ach so. Äh, das und das. Und ich entschuldige mich dafür, falls man meine Ex in den Hintergrund hören sollte. Höre ich auch nichts. Aber in der Aufnahme wird man das bestimmt hören. Das ist das Problem. Die wissen nämlich einfach nicht, wann hier genug ist. So, das. Ähm, wir haben derzeit... 65 Blöööö. Wieso wird da nichts weiter durchgeschmolzen? Extract. Oh. Insert. Hehehehehe. Äh, ja. Ich sag jetzt mal nichts dazu. So. Das, das da rein. Das da rein. Moplu dort rein. Äh, meine Vrench kommt da rein. Axt hier runter. Schwert da runter. Ringe da hoch. Die Leitung kommt hier rein. Die Blöcke kommen hier rein. Äh, äh, äh. Hä? Äh, äh. Was ist los? Wo sind schon wieder meine ganzen Eimer hin? Wo sind schon wieder meine ganzen Eimer hin? Ich glaubts. Hm. Äh, ich bin, hä, ich bin auch irgendwie in der Spur. Können wir jetzt eigentlich noch mit der Luna rechnen oder nicht? Ich glaube mal nicht. Die kriegt das Modpack nicht zum Laufen. Da steht halt immer da, dass die, äh, Minecraft installieren soll, wenn sie startet. Hm. Dann kann ich den Weg und so abreißen. Äh, aber nicht komplett. Lass mal bitte, äh, von der mittleren Insel fünf Blöcke vom Weg übrig. Okay. Denn ich will schon was ich dort, äh, die in den nächsten Inseltagen hinbaue. Und da, da kommt dann das erste Portal drauf. Und ich reiß mal ihre Insel mit ab. Ja, das kannst du machen. Und falls doch noch mal jemand nachjoinen sollte, dann können wir ja immer noch eine Insel bauen. Auf die Schnelle. So, so, so. Äh, das verfeinere ich dann oben noch ein bisschen. Sind sogar jetzt mehr als fünf Blöcke gewesen, die übrig geblieben sind von ihrem Weg, weil... Okay. Spawn Protection. So, jetzt schon. Holz da rein, Steine da rein, Sand da rein. Hier ist noch Holz und Holzkiste. Hier ist ein Moklu, das ist ein Erz. Das ist Grünzeuggedöns. Äh, die Eimer kommen erst noch da rein. Ne. Die Eimer kommt erst noch bei Holz mit rein. Da kommt die Kiste mit rein. Und die Kiste. Ähm. Die Bricks kommen dort dann mit hin. Jetzt hab ich schon wieder was ein. Ich hab so langsam die Schnauze voll von dem Magneten. Na. Der sammelt immer dann ein, wenn er es nicht soll. Okay, wir haben 100 Millibucket Blut in der Schmelze und 261 Eisenblöcke. Ja. Läuft. indu exported als Rindvieh. Du Furman eyder, das ist Rindvieh... Boah, das ist ... Urgghh. Ich brauche aber wieder Enderpern hier. Ja, aber die Schmelze steht und alles und das passt soweit. Die Schmelze steht und alles.